Wir sind junge Landwirte aus ganz Bayern. Artenvielfalt gehört zu unserem Beruf und ist uns wichtig. Genau wie euch. Doch dafür brauchen wir kein Gesetz. Das Volksbegehren verlangt von der landwirtschaftlichen Ausbildung, vernünftig mit der Natur umzugehen. Hättet ihr euch damit befasst, wüsstet ihr, dass das schon längst Thema in unserer Ausbildung ist. Wenn der Bio-Anteil in Bayern ab 30% festgelegt wird, dann fürchte ich um meine Existenz. Der Biomarkt ist jetzt schon gesättigt. Wenn ihr mehr Bio wollt, müsst ihr mehr Bio kaufen. Vor drei Jahren habe ich die energiereiche Pflanze namens Silvi für meinen Betrieb entdeckt. Meine Bienen lieben sie und gleichzeitig erzeuge ich Ökostrom. Seit fünf Jahren sehe ich entlang von Gewässern Blühstreifen, um die Artenvielfalt zu fördern. Diese gesellschaftliche Leistung wird momentan noch ausgeglichen. Doch mit dem neuen Volksbegehren ist dies sehr erschwert. Wir Landwirte und Unternehmen schon seit Jahren viel für den Artenschutz. Natürlich ist noch mehr Potenzial vorhanden. Aber Artenvielfalt braucht Zusammenarbeit. Es betrifft nicht nur uns, sondern auch dich. Bitte unterschreibt das Volksbegehren nicht. Vielen Dank. finally Wir danken dir auch für die Betrieb.